Eine Asiate geht alleine durch den Wald. Kommt aus dem Wald, wo ich leben will, raus? Aber nicht. Du darfst ja noch 100 Stück bei mir drin stehen, hast du das gesehen? Ich muss ja eigentlich nochmal raus, wenn wir irgendwie eine eingemaßen große Streit noch da stehen hätten. Gut. So sieht es eigentlich Rohstofftechnisch aus. Bruno, schick dein Zeug oben rein beim Blau. Ja. Das war jetzt wieder alles vom Routen. Ich geh jetzt weg. Bonsai, beim Muten zurück. So, wo haben wir denn hier den Turm dahinten? Was ist an der Nordspitze? Was? Da steh ins Liedler rum bei mir, das gibt's gar nicht. Ah, was können wir aber auch nennen? Ups. Ich glaub ich längst schon auch mal nennen. Krümel, wo steht der Turm von Moran? Ganz im Norden, nah am Meer. Also da wo du jetzt bist, da wo du jetzt bist, quasi nach dem Norden laufen und einen halben Bildschirm nach links. Dann kommst du da an. Ich schick gleich mal ne Sperrträger, die ich dann mit dem Norden habe hinterher, von daher. Ja. Ja, scheiss kommt, ich geh wieder etwas zurück bei der Amse. Alles klar, ich schalte da oben. Ich geh da rein, ich drück's ab. Pass auf, dass die dich da nicht anschließen, ne? Ich weiß auch, wo bei Fahrfokse Turm steht. 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 Ja. Stand vorhin, Moment. Ganz weit links, links, links und oben. Da wo deiner mir grad bei ihm im Land steht, ganz nach links laufen und dann ein Bildschirm nach oben. Dagnis, geh raus bei der Amse. Also vor das Land einfach. Ja, da stehen die Soldaten, die ich mache. Jetzt kommen die Soldaten. Ja, jetzt wäre es cool, wenn wir einen Fahrfokse kriegen könnten. Ja, ich hab alles da bei ihm drin. Ich geh jetzt einfach nach vorne. Ich hab auch Sperrträger da. Jetzt kommt hier wieder Kohle hin. Weil die Puppe ist nicht beliefert. Ich seh das schon, meine Freunde. Ganz genau. So, wo ich gerade dabei war, wenn wir noch Urstunde durch haben, könnte vielleicht noch eine Waffenschmiede oder eine Schmelze, wahrscheinlich beides, müssen wir haben, zum Schluss noch Platz. Irgendwer hatte sich für Urzeiten mal hier gemeldet, dass er Stein durch, ne? Okay. Das sind die krasse Enden von ihm. Ah! 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 Gah! Ah! Ah! Da ist der oben bei Bladen Oh, der ist so schön, der oben Jo, ich komme wieder bei dir, ne? Ja Da hat man eine Sperre bei Cloud durchdrücken lassen da über die Seite, schauen wir mal, ob es reicht Und jetzt bist du der einzige Turm ist Nice Ja, jetzt wenn du ihn angreifst, dann wirst du das wirklich an den Fall kommen Ist der denn da aufgebaut? Da hat er schon richtig Da hat er richtig müde zu drücken Ja, ich glaube es reicht nicht Schade, war eng Gute Aktion Ja 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 Schade Bonsai, komm mal mit bei mir unten, die haben fast nichts mehr. Geh rein dort. Ich geh hoch, Schwarz geht hoch. Ja, mach den oben platten aus. Ah, jetzt ist er so. Jetzt runter. Der hat gerissen, ja, ja. Nachdem er grad schon, grad schon ordentlich, ordentlich Panik gehabt hat. Los, jetzt reißen sie. GG würde ich dazu sagen. Ja, gut gemacht Team. Nice, nice. Wer hat denn wieder die Taktiken, ha, ha, ha? Ja, ich hab das, wenn du so ein Strategieauge hast, dann siehst du sowas dann meistens. Ja, das ist immer das Schöne daran, muss ich sagen. Ja. Wenn du so ein bisschen koordiniert dann vorgehst, sag ich mal, geht das dann schon. So. Aber war ja gut geregelt dann noch. Ich hatte erst Angst um die Mitte, dass das vielleicht doch fällt oder sowas dann, aber... Okay. Ja, Schadow hat auch gut nachgeholfen von der Mitte, von der Mitte, von der Mitte, in die Mitte. Ja. Gut gemacht, ja. Na gut, das waren die zwei stärksten, wo die gleich oben, das war so gleich. Aber okay. Umgang von der hat noch nicht gerissen. Reist du? Wer lebt denn da noch? Reist du? Der Stark ist die K, oder wie? Na gut, dann rollst du die Fähne zu unten. Reist du, wo er auch mal geht? Pfff. So, schöne Sänge. Vielleicht kann ich raus, da wo die anderen Leute mit dem Raum 10 ohne, dass das Spiel abstürzt. Endlich ist auch nicht so schlimm. Se. Se. Gut. Se. Hat sich das erledigt. Dann müssen wir uns die Statue im Browser anschauen. Moment. Euch zieht die auch noch rum rein. User was moved to your channel. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Hallo. Huhu. Hi. Hat irgendjemand Stati gewusst? Einer muss rausgegangen sein. Weißt du. Okay, dann nicht. Schreibt aber auch, er hätte erräumt. Aber Loa ist doch raus als erstes, oder nicht? Nein. Hat der auch ein S hier. Also aus dem TS hier ist niemand rausgegangen? Doch, einer muss raus sein. Ich nicht. Vielleicht Darkness, der kann nicht antworten. Der hat schon, der kann nicht antworten. Einer ist definitiv rausgegangen, also. Reißt doch, schreibt er nicht raus. Da muss man so behindert sein, als erstes rausgehen und die Stati nicht rausmachen. Man muss nur die scheiß Leertaste drücken, man. Es ist ja jedes Mal dasselbe, Alter. Aber es ist schon so. Ja, das kann doch jetzt nicht sein. Ja, dann machen wir jetzt nochmals auf das Safe, dann reißen und dann nochmals. Ich denke nicht, dass das funktioniert. Nur dass du ein Freitagsmacher hast. Nein. Nice, guter Versuch. Kannst du ja mal versuchen, ja. Soll ich aufmachen? Ich mach mal los. Der Ende. Ist das nicht gerichtbar? Elf Spiele sind gerade im Lauf, ne? Nicht schlecht. Was? Das packt wahrscheinlich hier wieder ein bisschen rum. Ich meine, ein paar davon sind nur so ein, zwei Leute drin, aber ein Elf Spiele ist nicht schlecht. Chris, hast du Shadow gemutet oder so? Sieht so aus, ja. Jetzt nicht mehr. Cool. Okay. Na endlich. Good job. Mal schauen, ob es abstürzt. Das ist der normale Safe und alle sind da. Ich bin schon gut. Okay. So. Zockers Priester ist gleich gestorben jetzt. Der hat dich aber nochmal genervt, oder? Nee. Ich hab eigentlich die ganze Zeit durch wegen meiner Polizei. Ich hab eigentlich nur öfters wie eine Frau empfohlen, aber ich hab auch auf jeden Fall eigengemacht. Ja. Und auch die Wüste gezaubert, ja. Wär aber cool, wenn alle reißen würden. Ja. Der hat noch nicht gerissen. Ja. Also ich hab gerissen, Reisdorf hat gerissen. Der Nest muss noch reißen. Oh. In der Videostelle noch. Äh. Team 1. Was ist denn eure Meinung zu der Karte? Sehr eng. Sehr eng. Ja. Schwierig mit den Waffenschmieden mitbauen, finde ich. Ja, du hast schon ein bisschen der Platz. Ja. Wie viel hattet ihr? Oh Mann. Schon wie geil sie. Ich hab auch nen Error. Diesmal ist es nur rot gewesen. Ja. Raus geht das erste raus. Also wenn ich die Stati? Ja. Ja. Guck mal. Einfach Leer-Taste drücken. GG. Jetzt ernsthaft? Ach Moana. Ich hätt jetzt gedacht, wenn's nicht geklappt hätte. Du hast es extra nochmal aufgemacht. Boah, ich hätt gedacht, ich wär schlechter gewesen. Aber der hat nen andere wohl auch so ein paar Schwierigkeiten. Wie kann ich auf Platz 5 sein? Wie kann ich auf Platz 5 sein? 8 Jahre lang Siedlermangel. Aber Platz 5? Ich glaub das Hauptproblem war, dass wir die meiste Zeit im eigenen Land gekämpft haben. User ist genannt bei Muterno. Spiel ja, und das vor allem gegen Darkness. Das hieß es ja. Aber Reisdorf hat ja auch... Okay, das gleich sieht cool aus. Ja, Reisdorf hatte scheinbar 13 Waffe schmieden am Ende. Aber Darkness hätt ja sogar mehr KK gehabt als ich. Mich hätt ja dann schon 130... Mit wem hab ich Platz getauscht? Mit äh... Ja, mit Darkness. Also laut Stati hätte ja eigentlich Team 1 gewinnen. Ja, wir hatten halt die überragende Strategie. Ja. Ja. Ah ja. Und ein paar mehr Solis. Und wir haben Mora zwischendurch ein bisschen Angst gemacht. Oder? Ja, aber... Ah, die Märkte ist einfach arschig, um zu kämpfen da. Da musst du richtig wissen, was du machst. Ja, das stimmt wohl. Hm. Ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl, als wenn du bei mir im Turm wart, oder? Ja, ja. Im Glück irgendwie Farfox war. Achso, ja. Ja, aber sonst... Sonst war alles okay, aber der Turm war fast weg, egal. Ja, das Spiel war ja vorbei. Ja, da hast du auch recht. Ich hab das schon gesehen, aber... Das ist einfach kein Bock mehr, sag's doch. Nee, das Spiel war ja schon... Da war's ja gelaufen. Da war Farfox am Fallen und da war das Spiel effektiv gelaufen, ja. Na gut, aber war relativ knapper Kampf. Ob das jetzt an der Map lag, dass man da so an den meisten Stellen nicht so richtig durchkam, das ist... Ne? Aber 10 Steinen. Ich find das eigentlich ganz nett, wenn er so ne Karte hat, dass man da nicht überall einfach bloß durchmarschieren kann. Nee, wenn ich zwei Wochen nicht gespielt hab. Ja, das stimmt. Also... Ich war echt nicht gut. Ja, wir hatten, sag ich mal ne Taktik dann. Also jeder, der über mir steht, war gut. Die Taktik war angreifen, oder was? Die Taktik war an bestimmten Stellen anzugreifen, aber woanders an bestimmten Stellen zu halten, ja. Das war die Taktik. Ja. Ja, das war unsere Taktik auch. Ja, sehr ausgeklügelt. Ja, ihr wolltet auch die Mitte haben, so wie wir. Die Taktik ist doch ein bisschen besser. Ihr hättet von unten... Weiß ich nicht, hättet da vielleicht irgendwie mehr Druck oder sowas machen müssen dann. Weil unten bei Deo... Ja, die hatten einfach nicht so mehr Kaka. Die hättet einfach Deo und dich mit über 100 Kaka, also mit Breit über 100 und wir hatten halt auch nur mich. Die hättet bei BTN ja nicht mal 90 Kaka oder so zu BTN da. Das hättet halt auch... Ja, da hätt ich... Da hätt ich dann schon 106 oder so. Ja, ich hätt auch 108 Kaka. Das... Mit den Asiatenminen holst du das halt auch nicht mehr ein. Ja. Die riesen... Letztes abends hast du das nicht mehr eingeholt. Da war einfach nicht genug Platz für Wohnhäuser am Schluss. Ich bin mal kurz AFK. Die Behindert hab ich denn wieder gekämpft? Keine Ahnung. Aber gut, ich hab früher... Aber alle, die als Römer unter mir stehen... Wir waren sowieso scheiße. Nee, aber Zimtschen hat immer im Land gekämpft gegen Berg. Ja, ich konnte da halt... Ich musste immer beim Reisdorf im Land kämpfen. Da hat mir mein Gold überhaupt nix gebracht. Ja. Und dann gegen Theo und Darkness, die beide 130 Kaka haben oder so. Ja. Da verlierst du einfach... Ich weiß nicht, was Reisdorf da gemacht hat. Ja, aber der ist sowieso nicht so gut. Ja, aber wie Moran schon gesagt... Oder irgendjemand hat es gesagt... Reisdorf hatte halt als Amse ganz zum Schluss 13 Waffenschmieden und... Ich hätte das nicht mehr. Da kannst du natürlich nix reißen. Ja. Aber... Der Platz fürs Gold. Einmal tickt das nicht in die Wüste... ... und tickt das hinter dem Berg, wo man noch Waffenschmieden bauen könnte. Mhm. Moranisch. Klug vom Reisdorf. Da hat ja so viel Platz auf der Karte, oder? Ja, deswegen. Und dann das Gold noch im Land lagern. Ich hätte mir was gegen Siedlermangel machen müssen, dann wäre ich halt ruhig ein bisschen besser gestartet gewesen. Egal, weil ich hab... Bis auf Siedler habe ich... ... viele Sachen mehr als Zip vor mir. Wollte auch nicht. Aber das ist halt irgendwie so mit dem... Ja... Egal. So, Darkness, wolltest du noch irgendwas sagen? Der ist auch grad auf Kaga. Der ist auf Kaga, ja. Der ist weg. Dann benende ich auch bei mir die Aufnahme hier. Das war auf jeden Fall ne hübsche Runde und beim nächsten Mal schauen wir dann, wie es weitergeht mit ne hübschen Runde. Auf jeden Fall hatten wir sehr anspruchsvolle Kämpfe heute. Von daher sagen wir auf Wiedersehen. Bis dann. Tschö. Tschö. Bye, bye.